Erstmal Muni. Einen Apfel hab ich noch, aber wir sollten uns vielleicht noch mal heilen. Ey, warum heilt der sich nicht? Keine Ahnung, vielleicht will er es nicht. Der Brandy saut schon wieder alles ein hier. Ach ne, das ist ne Granate gewesen. Was ist da los? Ja, die laufen jetzt alle in der Ecke hin. Hier liegt ein Apfel. Vielleicht stehen wir noch einen drauf. Das sieht so aus, als ob das in der Nase bohrt. Ich heil mich noch mal. Ich nehme noch mal den Apfel da hinten mit. Ich glaube, ich habe den letzten Apfel nicht genommen. Nee, aber da lag noch einer auf dem Fußboden. Aber ich hole mir auf alle Fälle nochmal Muni. Da habe ich eine ganze Menge gerutzt. Ah, ihr habt da was? Oh, guck mal. Oh, oh, oh. Was ist das denn hier? Kann man da runterspringen? Lade nach! Alter! Wir müssen durch den Tunnel hier. Ey, Marco, wo bist du eigentlich? Ich laufe dir hinterher. Ach so. Oh, krass. Die sind überall anders. Lade nach! Auf mich! Ah, von oben! Ja, ich lebe auch hier noch hinter dir. Scheine! Oh, mein Acker! Oh, ich habe einen Hunter gehuntert. Hat sie gesehen? Ich habe mich von hinten angeschlichen. Lade nach! Lade nach! Ich habe noch Acker. Lade nach! Lade nach! Habe ich auch. Oh, ein Charger! Oh, sch. Da passt sich doch hier in die Tür. Der hat mir aber trotzdem eins ordentlich gelangt. Torier dich besser aus, Francis. Alter, was sie hier wegrotzen muss, ey. Oh. Pass auf, wo du hinten ziehst! Mach mal die Tür zu. Aua! Sonderlich! Oh, ich habe einen Smoker. Ah! Der verbrüht jetzt auch so ein bisschen. Ein bisschen. Hallo! Sind wir überhaupt richtig? Stimmt. Keine Ahnung. Ah, hier ist eine Kiste? Wahrscheinlich auch mit Büchern? Ja. So, wo geht es hier weiter? Hier nicht, glaube ich. Ne, da kommen wir her. Wir müssen da, hier geht es nicht weiter. Aber da oben war auch noch was. Da, wo ich hergegangen bin. Ja, hier vorne war das. Ah, nö. Hier ist doch nix. Na, super. Aber hier sind die wohl Gegner. Ja, die kommen. Oh, hier! Ohohoho, hier kommt ein paar. Oh, das war ja mal nicht fiese. Oh, doch! Oh, von hinten! Ey, wer haupt denn hier? Du glaubst mich hier zu hauen? Munition! Hä? Also die kommen von unten? Aua! Also von der Bibliothek da, ja. Ja, sonst müssen wir da nochmal irgendwie gucken. Da muss irgendwas sein. Waaay! Munition! Rechthax! Auf jeden Fall schon mal Munition gewonnen. Ja, muss wohl auch in der Bibliothek sein, ne? Ah, hier ist ne Leiter. Mensch, Mädels. Warum seht ihr das denn nicht hier? Ah! Nur für diesen Moment wollten wir sie nicht sehen. Dass wir diesen Moment haben. Ah! Gott sei Dank hast du mich dabei hier. Tja, ich hab dir vorher noch das Bein abgeschossen, aber... Oh, was ist denn das? Was zum Teufel war das? Was ist das jetzt bitte? Diamanten! Oh, oh! Warte, ich bin gekommen! Nein! Ich bin mit drin! Laden da! Mach mal! Boah! Wenn hier so Horden kommt, ist das echt ein Schindergift von den Viechern. Ja, also zumindest... Die Viecher legen. Die Viecher lecken. Runterspringen, ja. So. Laden ab! Eh? Oh nein, hier ist ein Spawner. Schon wieder? Ja. Boah, wie hoch die springen können jetzt die Wiesen, ne? Oh, ich hab das Ding, das Portal zum Enderdrachen gefunden. Oh, 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 oh. Ja, seh ich gerade. Shit! Okay. Also in Lava fallen tut hier nicht weh, scheinbar. Oh, nein! Aber wir brauchen noch ein Auge. Oh, okay, das müssen wir dann erstmal hier suchen. Wir gehen mal. Da steht ein Fall nach rechts, okay. Na, hier ist nix. Hier kommen wir ja quasi oben. Aber ich weiß nicht, das ist hier... Ob es hier weitergeht, keine Ahnung. Ob es hier vielleicht noch ein geheimer Schalter irgendwo ist? Hier hinten waren wir glaube ich noch nicht, oder? Boah, hier unten im Wasser hier, ey. Hier ist doch nix. Also ich bin hier unten in der Kanalination, glaube ich, hier oben. Ja, ich bin mal hinterher gesprungen. Hab mir mal ein Bein gebrochen, oder so. Warte! Ey, ich hasse das, der in das dunkel ist hier. Ich hasse das. Der läuft weg! Ah, ich höu hin. Eine M16 hab ich. Aber kein Auge. Was ist das denn? Ah, ich glaub, ich hab das Auge. Hier will man auch noch Tabletten. Guck mal, guck mal. Hier, Wasser, Wasser hier. Der ist hochgeschoben worden. Was macht ihr denn da? Eine Meerjungfrau. Hier ist eine Meerjungfrau. Hier kommt Alina. Hey, auf mich zu schlagen. Wo sind die denn lang? Keine Ahnung. Ey, wie machen wir da weiter hier? Ey, warte mal. Lass sie mal hier reinspringen. Hallo. Hallo. Ey, wir müssen mal zu uns kommen. Ja, wir wüssten wie. Ah, ich glaub, hier, Loki. Ich glaub, wir müssen hier runter. Aber die bewegen sich gerade nicht mehr hier. Mir ist langweilig. Ich bin auch schon reingesprungen. Los, bewegt euch. Oh, 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 oh. Hier, das ist unsere Meerjungfrau. Alles komm, lass uns wieder zurückgehen. Dann können wir denen das zeigen, wenn wir einen anlocken. Ja, komm mal hier. Hallo. Hallo. Ey, okay, ich hab einmal gehauen, der liegt auf dem Boden. Böser. Oh, nee, nee, geh mal einer vor. Es ist wieder dunkel, wa? Ja, ich will mich nicht die ganze Zeit erschrecken. Guck mal, Türchen. Dahinten ist was Rotes. Alter, was ist mit der Figur passiert da hinten? Pfeil im Guck und so. Hier ist ein Safe Room. Echt? Ja, schon wieder. Ist aber dann zügig, ne? Mussten wir nicht zum Fahrer hin. In den Schundrahmen, Leute! Deckung! Oh, die Knarren. Ah, dann kriegen wir wahrscheinlich in der Hölle dann, ne? Dann vergleicht das Auge dann. Das kann irgendwie sein. Oder es hat vielleicht gar nichts damit zu tun. Ja, oder. Ich dachte, wir sind schon in der Hölle hier. Der Vorgarten. Ja, vor allem in der Hölle ist doch nichts los. Die ganzen Toten sind doch auf der Erde oben. Aber das mit dem, was an Nixen gerade, das war super. Das war ja total geil. Er hat auch so schön immer mit den Beinen hinten geschwungen, ey. Ja, ne? Und dann, wo seine Kollegen kamen ja auch noch, ne? Alle mit... War schon cool. So, die Frame gehen runter. Ich glaube, das startet jetzt wieder. Ja. 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 Ja.